Heute machen wir die 4 Corner Challenge in Chapter 5 Season 2. Wir werden uns jedes Medaillon, jede mythische Waffe und am Ende auch hoffentlich jeden Gegner holen. Wir haben Robnick, der nach Classic Chords fliegt, Magikin, der nach Snoopy Steps geht, Alvi, der zu Mount Olympus fliegt und meine Wenigkeit, die zu The Underworld geht. Wir sind im Battle Bus. Wer stimmt als erstes, Jungs? Wer stimmt als erstes, Jungs? Magikin, nicht down gehen. Ich sag, die Person mit Y stimmt als erstes. Mit Y? Hä? Also ich, oder was? Ich wollte nur, ja. Hä? Ich wollte schauen, was man hat. Hä? Okay, ich sag, Alvi geht down. Digga, weil er hat den krassesten, krassesten Spot. Okay, tschüss, Magikin, tschüss. Okay, wir landen jetzt hier in der Unterwelt. Wir werden jetzt direkt vorne, direkt zu Hades gehen. Ich hoffe, Alvi macht ein gutes Ding. Ich hoffe, die Jungs machen ein gutes Ding. Wir werden jetzt hier komplett pop-offen. Mindestens 30 Kills ist unser Ziel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist bei mir eigentlich überhaupt was los? Bei mir sind gar keine Leute. Alright, ich droppe rechts unten bei Brawlers Battleground. Let's go, bro. Oh, wir haben alle vier in ein Krönchen. Geil. Nice, 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 nice. Okay, hier droppen echt viele, ne? Die wollen alle das Medaillon hier haben bei Brawlers Battleground. Bin mal gespannt. Vielleicht droppe ich sogar erst mal bei dem Hütchen dort hinten, oder? Rein hier. Snooty Steps. Hier kommt keiner mit. Ich bin An-Contester. Das kann nicht sein. Obwohl? Ne. Die landen alle außen rum, aber keiner kommt immer zu mir. Ey, bitte. Ich bin immer so alleine hier in Snooty. Kommt doch einfach mal ein bisschen mit mit mir. Wir holen uns kurz ein bisschen Loot und dann gehen wir ins. Und ein paar Leute fighten wieder. Hier unten fliegt ein Team. Aber ist ja voll entspannt hier. Weil dann lande ich direkt hier unten. Und gehe direkt für die Leute hier drauf, glaube ich. Ich glaube, die landen hier vorne bei der mythischen, bei der mythischen Tag. Yeah, okay. Dann lande ich jetzt hier schnell. Loot mich schnell hoch. Und fight direkt die beiden, dass ich die komplette Ecke für mich habe. Oh mein Gott. Ja, ich habe eine Waffe. Oh. Okay, ich brauche direkt Healing. Irgendwas an Healing. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Minis rein, die Minis rein. Die werden reingeschaltet. Den noch finishen wir. Ah, Pistol vielleicht kriege ich einen. Warte mal, wo landet der? Moin, wo sind die anderen? Ich bin blind. Die sind so weit oben. Hilfe, was? Okay. Zwei Stück aus der Luft. Danke, ja, bei der die Metz. Nehmen wir gerne mit. Ich pushe die anderen auch direkt. Die fliegen immer noch. Wie kann das sein? Oh, noch eingehittet. Geil. Wie kann man so weit oben in der Luft sein? Oh mein Gott. Ey, ganz ehrlich, ich habe gar nicht mal mitbekommen, ob es ein oder zwei Teams hier sind. Aber das wird schon... Wir sind echt ein paar Steps, ne? Kann ich sniper? Okay, geil. Aber hier sind noch echt viele. Oh, allein schon mit diesem Zeus-Blitz. Oh mein Gott, die werden nerven. Die werden sehr nerven. Okay, sehr gut. Wir haben schon Pump und AR und Flügel. Das ist krass. Okay, wir werden uns jetzt hier direkt hochlooten. Nice. Oh mein Gott, wie viele sind das hier? Oh mein Gott. Neck, sind das. Nein, das ist ein guter Start gewesen. Vier Early Kids. Anwalzen. Oh, das ist bitter. Alvi ist down. Oh no. Wir brauchen eine Rettungsmission. Alvi ist down. Okay, ich habe einen ganzen Squad geholt, glaube ich. Ich glaube, hier ist das auch kein anderer mehr. Die Frage ist, wo ist Alvi genau? Kann man ihn schnell holen? Ich glaube, ich könnte hingehen vielleicht. Laserbeam-Skin. 26er. Nehme ich mit. Oh mein Gott, hier kommt noch einer. 50er. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, nehme ich mit. Sehr gut. Ich habe schon 10 Kills. Warte, wer macht jetzt schon wieder so die krassen Kills? Ich muss nicht so viel Spraim bitte. Hört auch so zu Spraim auf mich, okay? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Keine Mets mehr. Oh mein Gott. Die Waffe ohne Visier ist gar nicht so geil. Du willst es auch. Komm jetzt her hier. Bam, 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 bam. In die Lobby mit dir. Zack. Haben wir die ersten vier. Oh mein Gott, kommt der jetzt hier die Treffe hoch? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe einen. Wo liegt der Typ? Wo liegt der? Oh, er ist hier unten. Die sind wieder zu zweit. Nein, nein, nein. Okay, das wird jetzt richtig schwierig. Oh mein Gott, ich gehe einfach hoch. Wir gehen hoch. Hä, das ist mehr als ein Squad. Cracked. 60 White. Oh mein Gott, der ist von. Wo? Oh mein Gott, er ist da hinten. You won't get away. Let's go. Oh mein. Oh mein Gott, er macht diesen Zeugs Ding. Digga, das ist doch schon wieder der Typ. Also die konnten schon was. Nein, jetzt keine Bots, Bots, Bots. Ja, das ist unschuldig. Ey, ich bin tot. Ich habe die Karte. Nice. Geiler Move. Hilfe. Jetzt, ich fahre, ob die was tappen. Oh mein Gott. Was spiele ich hier? Dive. Nein. Johnsy, was ist da los? Johnsy, Dad, nein. Okay, Magic, geht durch meine Karte. Muss er ganz hoch? Also sagt euch so, wie es ist bei mir. Das war echt ein Schwitzer-Team, ne? Ich habe, das waren zwei Teams bei mir. Also acht Leute. Ich habe den, ich habe zwei Leute die ganze Zeit genockt. Die haben sich immer wieder gerest. Das war richtig nervig. So, erstmal willkommen zurück, Alvi. Let's go. Ich habe ein bisschen was für dich hier. Simon auf Meter, ich bin am Weg. Ich bin gleich schön. Let's go. Könnt ihr, könnt ihr dann, oh mein Gott. Das sind, ne, wenn es so, wenn es so rote sind, musst du weg. Warte, den nehme ich noch ganz kurz mit. Den, da musst du nicht weg. Bitte werd nicht snipen. Und, ey, wer ist er? Ich habe keine Ahnung, was er hier vorhat. Aber den nehme ich noch ganz kurz mit. Komm mal jetzt, ey, hier, die nehme ich auch noch ganz kurz mit, dass wir nachher kein Problem mit euch haben. So, wie geht es? Ich habe, das sind jetzt die Guten, ne? Oh, das ist da hinten, kommen die Guten, ja. Das sind die Roten, das sind die Roten. Ja, das meine ich. Oh nein, ins Auto, ins Auto, ins Auto. Oh mein Gott, das ist nicht. Oh, bitte nicht. Oh mein Gott, das war gut, das war gut, Rupnik. Oh, Achtung, wirklich, Blitze, Blitze. Ja, ja, ähm. Hast du Flügel bereit? Ja, ich habe Flügel, ja, ja. Mach mal, hau mal ab. Die haben mir zu viele Items irgendwie. Hast du die Karte gleich, wir könnten instant rebooten, theoretisch. Ja, ja. Fünf Sekunden. Vier. Drei. Drei. Zwei. Eins. Johnson, Johnson ist da. Kommtlandung. Alter. Ein schneller reboot. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Alter, ihr werdet gepusht. Oder wir werden gepusht. Wir werden verfolgt von der Münze. Oh nein, von zwei Münzen. Wollen wir Auto einfach? Oh mein Gott, vor uns, vor uns noch ein Rampsen. Ja, ja, wir müssen einfach so. Aber Auto, aber Auto Richtung Münze, Richtung Münze, Johnson. Ey, ey, Robnik. Robnik, komm nicht, da fliegt jemand. Da fliegt jemand. Ich muss aus, Auto. Ich kann dir ein paar Radio-Joppen da. Oh mein Gott. Ja, ja, Job fliegt. Ah! Ich bin weg, ich bin weg, Jungs. Ich bin weg, ich fliege aber weg, alles gut. Robnik hat mich... Oh mein Gott, Robnik, ich habe... Nein, oh mein Gott, ich habe mich... Johnson, was ist passiert? Ich wurde gesniped. Warte, warte, ich kann nicht aufs Auto draufschneiden. Schau, ich weiß nicht drauf, Bro. Okay, let's go, let's go. Oh nein. Fahr, fahr, okay, um hier. Fahr, bro. Also, was machen wir hier? Was machen wir hier? Unter die Brücke, unter die Brücke, Alvi. Sehr gut, sehr gut. Oh, da ist der Sniper. Da ist der Sniper. Robnik, treib mich rein. Robnik, in die Ecke. Ja, in die Ecke, Robnik. Cracked. Wenn ihr mal Topf euch schmeckt. Nein, 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 hier ist alles um mich. Hier ist alles um mich. Ja, das ist geil. Ich brauche was. Bring me da, Jungs. Ich bin gleich da. Alvi, wo ist Loot, wo ist Loot? Hier, hier, hier ist alles um mich. Hier, gehen die Mad-Kid, alles. Mads, alles. Ey, da kommen wir euch angeflogen bei euch, über euch mit Flügel. Lass den pushen, ich bin auch da. Wir können den pushen beim Bot-Haus. Okay, dann let's go, let's go. Äh, ja. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Richtig überfahren. Cracked, cracked oben, cracked oben. Das sind die Guten, gegen die ich gestorben sind. Dead. Oh mein Gott, war mir richtig gut. Sehr gut, Alvi. Ein bei ihm. Dead. Alvi, hast du Armonie? Jungs, 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 zwei München kommen, zwei München kommen, zwei München kommen. Ich brauche irgendwie Mad-Kid oder sowas. Habt ihr Mad-Kid oder sowas? Ich brauche Pump-Money. Ja, ja. Jungs, du brauchst alles hier. Ich bin, ich wurde rebooted, was erwartest du? Ich wurde wieder sniped. 13 AP, 13 AP, ich brauche jetzt wirklich jetzt Healing. Okay, lass uns zusammen spielen. Oh, ich wurde auch sniped. Ich glaube, das ist Hacker. Sag so, wie es ist, Jungs, ich werde die ganze aus der Luft gestipet. Äh, ich spawne die Insel. Oh mein Gott, das wird ja, Jungs, das ist der finale Fight. Wenn wir den gewinnen, haben wir gewonnen. Wir gehen da rüber, ich gehe jetzt auch rein. Ich bin jetzt, ich bin wild. Ich bin hinter dem Magic-In. Hier liegt nämlich Loot drin, ich will dann kurz mal abchecken, was hier liegt. Warte, mir oben ist der Gegner. Irgendwann sich Cracken. Jungs, wer ist sniped von der Seite? Ja, ich konnte keine Gegner abchecken, oder? Ja, ich konnte keine Gegner abchecken, oder? Ich wurde wieder sniped. Ich wurde auch gesniped. Ich wurde auch gesniped. Alter, die Bomben hier ein, Alter, die Bomben hier ein. Ich bin unten, ich bin unten. Ich probiere es ja, Bordelloops, nein. Ich wurde runtergesniped, nein, ich wurde wieder sniped. Jungs, 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 komm mal her zu mir, bitte. Ja, ich höre, ich höre, ich höre, ich höre, ich höre alles, ich höre alles. Ey, Bro. Ich glaube, das ist keine Sniper, das ist die DMR, Jungs. Ja, das kann gut sein. Haben wir noch healing was? Ich wollte irgendwas zu healen, ne? Ich bin auch echt, oder? Alles was? Okay, ich probiere uns kurz Loot zu playern hier. Die kommen rüber. Warte, hier ist noch ein Many-Drop. Digga, Jonsi, du musst aufhören, Bro. Du musst wirklich aufhören damit, Bro. Digga, der hackt. Der muss hacken, Digga. Das geht nicht alles. Oh, mir ist auch einer. Matching out. Oh, mein Gott, Matching out. Das ist gar nicht gut. Alter, es ist Matching out. Wie viele sind da, Flo? Wie viele sind da oben? Ein einziger auf Highcrunk, glaube ich. Ein grüner Motorrad-Skin. Kurz hoch fliegen die Karte. Der grüne Motorrad-Skin, das ist der Bruch-Skin. Das ist der, der mich geholt hat vorher in der ersten Runde. Der letzte vom Squad gewesen. Ihr könnt Rackless einfach zurück in Reboot, theoretisch. Rackless fliegt gerade ein Team rein, rechts um, Robin. Ein Team ist auf der Insel, ne? Er fliegt auf mich, er fliegt auf mich, er fliegt auf mich. Er ist genau über mir. Er kommt rein. Er ist drin. Er ist drin. Full-Peace, 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 Alvi. Oh, mir Full-Peace. Wirklich Full-Peace. Er ist 70 Blue. Ich komme zu dir, ich komme zu dir, Jonas. Ich komme zu dir. Cracked. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Was? Dead. Was? Let's go. Ja, da ist er doch, Chauncey. Hier, 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 mach Party mit dem Ding. Mach Party mit dem Ding. Oh, der wird zu mir. Der goldene Team mehr. Okay, Alvi, ich mach Party. Was machen die? Cracked, Cracked, Cracked. Ohne Spie, Rodnik. Ja, da geh wir rein. Andere landet mit dem. Er landet mit dem. Oh. Ey, es wird ein bisschen viel gesprayt hier gerade. Ich weiß auch nicht. Wir sprayen auf dich. Cracked, Cracked. Cracked, nice. Komm her, Jungs. 80. Cracked, das. Er ist gut, Jungs. Ich brauche eine beste... Oh mein Gott, goldene, komm. Jetzt noch mal ein Tschüss. Geil. Jungs, drei Mad-Kids. Drei Mad-Kids. Oh mein Gott, die brauchen wir. Die brauchen wir. Oh. Ey, sieben Gegner auf drei Teams. Ich geh noch kurz Mädchen holen. Nice. Ich schrape die ganze Lobby auf mich auf einmal. Warum? Warte, warte, ich komme. Ich geb die Rückendeckung. Von der Insel? Ja, nur die Insel hat geschossen, glaub ich. Warte, ich flieg dir hinterher. Oh nein, ich hab keinen... Alvi, lass schon mal Inseln gehen, okay? Auf mich wirklich. Snip. Geiler Reboot, dankeschön. Kein Ding, Mann. Willkommen zurück. Komm in mein Auto. Ich flieg kurz im Loot. Kannst du mich abholen? Die letzten fliegen unter mir. Die fliegen unter mir, Alvi. Unter mir, unter mir. Wir können einfach zunächst. Ich bin tot, ich bin tot. Oh mein Gott, er crackt mich. Ich brauch Hilfe, Jungs. 60, hab ihn, 60, hab ihn. Fullbox. Ich fahr ihn um. 100. Er flieg. 20, 20, 20, 20. Oh, ich flieg auf. Oh, die da ist ja. Ja, gut, juhu. Nicht, dass die Flügel hier reinfliegen, bei uns nach oben. Oh mein Gott, es ist vorbei. Ich bin tot. Magia, magia, aufmachen, aufmachen. Wie aufmachen? Irgendwie aufmachen, damit ich nicht sterbe. Wir müssen gleich wegschauen. 60, auf einen, 60, auf einen. Ach so, Alvi ist knock. Ja. Ich hab gar nichts gehabt. Bin ich da eigentlich der Einzige, der noch... Nein. Hä? Warum bin ich aufgepoppt, hä? Ja, mit den Wögel. Nein, Robnick, Robnick, Bro, es liegt dann dir an meinem Bruder. Es liegt dann dir an meinem Bruder. Robnick, kommst du zu mir? Ich weiß nicht, ob ich überlegt, warte, warte. Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Jonas, pass auf, der ist oben, fehlt da irgendwo ein Bild weiter. Er kämpft in der Ecke. Er läuft, er läuft, er läuft. Ist das nur der eine mit den Flügeln gewesen? Ja. Oh, shit on. Ich hab alles, Robnick. Komm her, Matt geht alles. Oh, er hat den er gestreift. Es gibt noch einen Reboot, ne? Ich glaub, da seh ich uns. Jungen, der Vogel fliegt vor dir. Guck in die andere vorne. Ja, den fliegt ich da, ja. Na ja, hier. Schnapp in die, den Adler. Rebootest du? Ich bin am Rebooten. Ganz oben auf dem Bergstimmer, wenn der Sniper, der ist ein bisschen gefährlich, glaub ich. Oh mein Gott, der will, glaube ich, alle Leute aus der Luft holen, ne? Wie hat die Robnick? Nein, der holt Ben, hat all das in der Luft. Ich hätte 50 AP für euch, drei. Was genau, bitte mich nicht abschließen. Hey, hör auf damit im Alvi. Dead, dead, ich hab ihn nur geholt. Headshot, äh, der hat eine Münze gehabt, ich will die haben. Rauf nix, irgendwie. Der hat Gegner auf mich geschossen, ich hab Damage bekommen. Das sind die letzten, Jungs, wir sind die letzten. Letzter Sniped. Letzter Squad, letzter Squad, letzter Squad. Sniped. Es ist der Letzte, es ist der Letzte, es ist der Letzte. Pickaxen, Pickaxen. Pickaxen. Moin'e Bro. Fully peaced. Der raff gar nichts. Nein, ich flieg nicht rein. Also der ist los. Also die hatten die schwerste Runde, aber der ist los. Wollen wir ihn ausbauen, Jungs? Hallo. Hallo Freund, hallo. Alle zu dritt Pickaxen, okay? Hallo. Drei, zwei, eins. Alle rein, alle rein. Oh mein Gott. Alter. Den haben wir so verprügelt, die Sonne. Geile Runde. Ich glaub, wir wurden öfters geweboot, als wir Kills haben. Das kann sein, ja. Ich wünsche euch so, Jungs. Das war's mit dem Video. Wenn euch diese Art von Video gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne ein Abo auf diesem Kanal. Aber uns war sehr, sehr gerne Creator Code Johnsy. Hier sind auch wie immer alle Ehrensupporter eingebendet. Checkt uns das sehr gerne noch. Alle anderen Leute ab. Und ich bin jetzt raus. Bis dann. Ciao, ciao.